Gleich bei euch. So, gleich bin ich da. Aber das jetzt gleich sowas von mir noch metzeln. Ich kritze mich mal. Ich habe was gefunden. Eine Taurus. Norgen was. Seid ihr oben oder unten? Ich bin hier unten. Ich habe gerade einen Revolver gefunden. Mit 6 Schuss im Heck. Geil. Wie weit unten seid ihr? Ganz unten. Ganz unten. Also noch eins. Ich bin hinter dir. Achso. Ich weiß nicht, ob wir durch die Tür durchgehen können. Also rechts, links ist doch kein Segen. Ah, wo ein Batsch. Das Tür ist nicht viel. Ist das links oder rechts? Haben wir oben die Ecke und haben wir das noch niedergemetzelt? Eine schöne Diegel weg. Fuck it! Ähm, irgendjemand sollte hier wegrennen. Wegrennen! Renn, Mann! Ah, ich schlitze doch mit dem Messer, oder? Ja, genau. Kettensäge gegen Messer. Du bist schon wieder gespawnt? Ja, ich bin schon wieder gespawnt. Sehr gut. Ich blüppel den jetzt hier in mit meinem... Was ist der für den Breakdance macht? Der Hammer. Der Hammer. So big. Das ist voll blöd. Weißt du warum? Der macht einen mit einem Schlag tot. Ich will auch eine Kettensäge. Dann mach ich den mit einem Schlag tot. Der hat mir nicht eine Kettensäge. Warte, wenn der tot ist, dann liegen die doch da unten auf dem Kapitel, den ich nehm. Oder ist das... Na, weil du hast nicht die Ability für Kettensägen. Ah, ja. Das ist... Das Spiel basiert wahrscheinlich auf Dungeons & Dragons und dann brauchst du die Ability-Kettensäge W3 plus 10 oder so. So. Ein... W3. Ein dreiseitiger Würfel. Hm. Auch nicht. So, können wir... Der steht da rumwackelt wie blöd und du triffst den nicht. Was ist denn das? Huch. Hab mich verlaufen. Hihi. Die wird noch leer. Was gibt's noch nicht? Out of Moon, ja? Das war der jetzt oben oder unten? Oben, ne? Da hab ich ihn jetzt, wenn ich scharte, ein 75er... Äh, ein 45er Colt. Der hängt an der Ecke von... Das... Ich kann dir mal einen Punkt bringen. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Ich weiß nicht, warum ihr seid. Ich bin oben. Ich bin da hin. Wo war das verbunden, denn? Der ist unten, du... Orientierungsopfer. Ja, Orientierung wie einfach du musst. Ach, das er dir. Alter, hör doch mal auf dir so einen Breakdance zu veranstalten, du. Honko. Das krieg ich doch eh noch. So, ich hab ihn noch einmal geboxt. Also, die Gegner sind ein bisschen Overkill-Skill. Bisschen? Also, eine Granate wär ja nicht schlecht in diesem Spiel, ne? Wenn ich mal Fässer spraye als normale Polizisten, hallo? Du bist kein normaler Polizist. Du bist ja der... ...Uber-Zombie-Slayer. Achso. Das hört sich an wie der Blacker King. Grüß dich. Richtig. Mahlzeit. Also, Messern ist bei dem... ...Pfff... ...Alni nicht. Das geht schon mal schief. So scheiße. Kommt's ja mal. Was meint ihr denn? Oh, hier steht doch gerade das Spiel. Ich weiß nicht, ob du hier überhaupt noch den Server joinen kannst. Im Moment. Ja, klar. Das geht doch. Naja, das ist aber bloß ein 3-Spieler-Map. Hey, ein Schuss und Tod? Was hat denn hier nur? Ja, ein Schuss und Tod, weil wir drei Leben reingeprügelt haben. Wartet mal kurz. Ich muss mal den Blacker ein bisschen lauter stellen. Bei mir. Oh. So, ich hoffe es reicht. Oh oh. Hallo. Grüß dich. Ja, kann einer von euch mir mal kurz erklären, um was es im Spiel geht. So ein großes Spiel. So viel weise. Halten Sie ihn beim Warten? Das ist ein Survival-Horror-Game. Oh. Mit sehr wenig Munition. Und Kittensägen-Zombies. Sehr wenig. Wie ist denn die IP-Adresse oder sowas? Ja, die steht im Teamspeak im Chat drin. Aber die hast du da glaube ich noch nicht gesehen. Ich kopiere sie nochmal mal da rein. Ich kopiere die Connector für das Game rein. Ups. Einfach mit. Okay. Was ist das? Und das Passwort ist das gleiche Passwort, mit dem du auf den Server gejoint hast. Du bist gut. Wir sind in der Sprache. Das wäre so schön. Das ist das. Das wäre richtig. Das wäre so schön. Und das wäre so gut. Und das wäre so gut. Das wäre so gut. Und das wäre so gut. Ich habe so gut. Und das wäre so gut. Playgame, das auch noch Bezahlinhalte hat, ja? Ist ja, Rolf. Ist ja hoffentlich. Ach, das war schön. So, warum rennt ihr hier vor den großen Leuten weg? Weil wir es können. Ah, das macht natürlich Sinn. Hallo? Ach nee, ich hab den Server. Kann ich die Playerliste noch erweitern über die Konsole? Wieso? Da musst du nur joinen? Nee, ich hab doch maximal drei Spieler eingestellt. Oh, dann warte mal. So was guckt in der Konsole. Mann! Äh, irgendwie... Bäm! Versucht man nicht zu sterben? Ja, gib mal eine Konsole, ein Max Playoffs und dann gucken wir mal, welcher... 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 Max... Oh Gott, Playoffs. Ah, cool. Vier... Das kannst du... Oh, ey, das... Machst du ja nur für drei auf. Das frage ich mich auch. Du konntest ja nicht wissen. Was ist da? 30, 40 Minuten muss er essen und dann hier, äh... ist er da. Ah. Einmal mit Profis. So, ich bin gerade wieder gestorben. Na gut denn. Ja, und nun? Tja. Ja, nun passt weg. Wir müssen wenigstens den Kapitel ja, die Kapitel abschließen. Ja, wenn wir mal wissen, wo wir sind. Nein, ihr seid hier, bei mir. Äh, da kommt gleich ein Bett angeflogen und ich hab keine Munition mehr. Oha. Oha. Sehr gut. Oha, echt? Oh, ne P90. Äh, ne M60. Ich hab ne M16. Ich bin so Counter-Strike. Ach, nö. Ja, Marc. Marc, machen wir Max Player 4 und dann machen wir Change Level. Ey. Oh Gott. Wir haben ja gerade ein Meeting mit unserem Freund. Äh. Ja, Simon ist gerade aufgetaucht. Ja, wo ist er denn? Was ist denn das? Wo ist denn der? Das hier vorne. Ganz hier vorne. Hier vorne ist bei einer Ortsbezeichnung immer äußerst sinnlos. Das hab ich meine M16 gerade wegen euch da gemacht, weil ihr nicht richtig schießen könnt. Ah, genau, Junge. Kleines Arschung. Wie. Wie. Kann ich hauen? Ich werde ihn nicht vermessern werde ich denn. Achtung, ich bin gleich tot. Mach den kaputt, Mann. Ja, noch einen, noch einen. Ja. Simon's Death. Aber was ist denn da hier? Simon's Death, you will die. Aber komischerweise, wenn ich jetzt dein, dein, dein Server hier hinzufüge, ne? Hm? Dann, sagt er, äh, blöd. Ja, weil ich, weil ich die Maxplayers auf 3 gestellt hatte ich, blöd Mann. Aber er müsste ja trotzdem über den Video ein. Nein, macht er nicht. Ist da ruhig. Aber Marc, mach mal, gib mal ein Motto, äh, ChangeLevel. Immerhin, ChangeLevel. ChangeLevel, ja. So, Leerzeichen, dann C, wie Christian, unterstrich, C, O, F. Also, C, mal 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 ein bisschen, also mal, also C, unterstrich, C. O, F, O, F, 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 Friedrich, unterstrich, C. So, C, 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 C. Ja. Hä? Ja. Gut, und nun? So, okay, das heißt, ich kann, äh, ich kann jetzt einen neuen Server aufmachen. Was schon muss. Für vier Spieler. Ja, gucken wir mal, ob, ob, ob Picard da jetzt, äh, Quatsch, äh, Blacker jetzt join kann. Ne, ne, ich kann auch die Playerzahl nicht ändern. Na klar, in Maxplayers 4 machst du dann ChangeLevel. Und... 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 Dahinter sollst du dann ChangeLevel... Das Level machen. Ja. Ja, rafft's nicht. Hahaha. Was soll ich jetzt genau eingeben? Maxplayers... Mach mal den Server, mach vier Spieler und dann... Mach mal E3. Hab ich dich so richtig verstanden, Red? Ja. Was soll ich jetzt... Oh mein Gott, ey. Was soll ich den jetzt eingeben? Mach mal den Server, stell vier Spieler ein. Alter, ihr macht mich hier total wuschig. Wir dich? Hallo? Oh... Ja. Also wenn... Also wenn... Wenn einer's erzählt, der andere's kapiert und du derjenige bist, der's nicht kapiert. Wer macht denn wo was falsch? Hat ja nicht zueinander. So. Nein, nur ehrlich. So. Ja, Zwischenzeit. Also... Um 3 musste ich's auch schaffen. So, bitte, ihr könnt connecten. Weil ich hab bis um 2, äh, bis 2,5 Zeit Schule. Gut. Lecker! Was ist da? Ist ja nur 2 Jahre drin. Also, sei mir bitte nicht böse, aber kannst du das Mikro vielleicht so einstellen, dass du die Taste drückst, wenn du redest, weil das Telefongespräch deiner Freude wirst du mich unbedingt beantworten. Ja, weil ich nicht unbedingt wissen, dass die um 2 einen Termin hat. Ne, um 3 Uhr. Hahaha. Mensch, müsste ich mal lesteren. Nein, wir lesteren nicht. Wir lesteren nicht. Ja, klar. Achtung, wenn du jetzt hier mitkommst, da kommt ein riesengroßer Typie. Also, bitte schieß ihn auf den Kopf. Option. Um Stück hoch. Buchstabe E wurde nicht zufällig verwendet, oder? Äh, doch, zum Aufheben von Items. Nimm am besten, ähm, ja, irgendwas wie V oder so. V. Ähm, dreht euch mal 90 Grad nach rechts, wir haben da ein kleines, großes Problem. Oh, fuck it. Guten Tag. Ich hab keine Mun mehr. Oh, das ist nicht schlimm. Ich schlag ihn einfach. juegochen könnte ich tot. W-地ers! Zerwiese! Das ist der miese Kleine. Der wurde jetzt hier geradequip. D-ge-knetzelt. D-veiler. Ich will мол that so lachen und so ähnlich with you. Achso, das sind die Kaufwaffen, oder was? Ja. Das ist doch voll Bullshit, ey. Wer baut denn so eine Kaka? Wo ist dieser Arsch? Wir spielen hier Free-to-Play. Nein, das ist Free-to-Mod. Juhu, er ist tot. Aha. Bist du schon dabei, Blacker? Nein, das noch nicht. Okay. So, Simon kommt bestimmt gleich wieder. Oh, er ist ein Fahrrad. Wir sind jetzt aber die andere Richtung gelaufen, ne? Oh, er ist ein Fahrrad. Der Server mingelt rum, dass das Passwort falsch ist, obwohl er mich noch gar nicht über eins gebeten hat. Ja, jetzt ist ein Fahrrad drin. Dann ist was da voreinstellen.